Hallo liebe Kinder der Stadt, ich bin Stefan und wir befinden uns hier in Hamburg in unserem Laden in Eppendorf. Ich zeige euch heute das Reisebett von Bugaboo, das Stardust. Wie ihr sehen könnt, super klein, super smart, super leicht, wiegt im Grunde 7,7 Kilo und zusammengefaltet ist es 14 Zentimeter. Ich zeige euch mal, ihr kennt das, links, rechts, oben, unten, hier sind es wirklich nur zwei Systeme, einmal links, einmal rechts, in der Mitte hoch und zusammen schieben. Schon habt ihr das Reisebett zusammengelegt. Links und rechts gibt es noch zwei kleine Knöpfchen zum Fixieren und könnt es somit für jede Reise mitnehmen, fast überall an die Seite mit zwischen. Zum Auffalten braucht ihr eine Sekunde, zum Zusammenfalten drei. Ihr öffnet links und rechts dieses Tenor und habt es aufgebaut. Mega super. Eine Matratze ist auch noch mit dabei, sehr hochwertig. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, mit einem Zusatz das auch von Geburt an zu nutzen, für kleinere Kinder. Ich zeige euch das einmal kurz. Das habe ich hier. Das ist der Neugeboreneinsatz oder Babyeinsatz. Ihr nehmt die Matratze raus, nehmt den Einsatz und setzt ihn mit einem Reißverschluss ein. So, nun habt ihr das etwas angehoben. Auch gerade beim Bücken, bei den Neugeborenen, man muss sich nicht so tief bücken und könnt die Matratze wieder nehmen und oben reinlegen. Das ist ein super cooles System, was sehr leicht ist, was sehr klein ist und wo man nicht ewig braucht, um es zusammen zu feilen. Habt ihr Interesse daran, guckt euch das gerne an. Kommt vorbei, schreibt uns, ruft uns an, wenn ihr Fragen habt. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.